Herzlich Willkommen zum dritten Spieltag der GTL Season 2 Und warum mache ich diese Bewegung? Ich habe keine Kamera an, egal Wir spielen heute gegen den Nebenzirum den schwersten Kampf dieser Season Und holy shit wird es extrem Wir haben auch ein bisschen das Playout verändert Aber egal, wir gucken uns erstmal an, welche Pokémon er dabei haben könnte Oasa hat auch ein Team ins Grimm hat Und das ist einmal Borreos Tee mit Setschelstein Dann Demeteros Tee, dann Zeraora, dann Phlogis Phlogis und dann Toxapex, Kyurem, Zoroark, Stahlos, Stahlos, Tangela, Ursarek und MacBrand Und holy shit ist das Team stark Er hat echt ein gutes Team gedraft, meine Meinung Und ähm, die größten Probleme hatte ich gegen Phlogis und Teraora Ich habe mein komplettes Visa-Floor war auf Teraora Einfach nur für Teraora da, für Phlogis hatte ich Metagross dabei Holy shit, waren die zwei Pokémon gut Aber egal, was er eigentlich dabei hat, war Borreos Tee und Demeteros Tee Das habe ich verdickt, weil Flug-Pokémon und Boden-Pokémon sind ziemlich gut gegen mich Dann einmal Tangela, was ich nicht richtig verstehen kann Ja, okay, 101 gewinnt, äh, es geht, äh, gegen Mammutula, stimmt Aber, ja, hm, ist es echt so gut gewesen Dann einmal Stahlos, ist es gut, Boden-Pokémon ist, es kommt gegen mich gut Dann Kyurem, ähm, Eisdrache halt, ist auch ziemlich stark Und Mark Brand, was ich nicht so richtig verstanden habe Vielleicht für, ähm, Metagross Hm, weiß ich selber nicht Oder für, ähm, Tectors Mal gucken Und ja, wir haben heute, äh, ein, ähm, Setz stehen Natürlich von mir unten In der Beschreibung, deswegen muss ich die nicht sagen Und vielleicht habe ich auch ein Team-Building aufgenommen Ich weiß es selber nicht, lol Es, wenn ja, dann wäre es schon langs online um 12 Uhr Schaut rein, gerne mal Wenn ihr es jetzt gerne sehen wollt So, wir haben einmal Mammutul Einmal ein, ähm, Joe, ähm, Mammutul Einmal Blitzer, einmal Pixi Dann einmal ein Mega-Visa-Floor Metagross und ein Tornopter Und auch Tornopter, holy shit Guckt's euch mal an Leider ist es Live-Op Ähm, bei Specs habe ich auf Blitzer drauf Und, ha, da ist, ähm Warte nur noch der Live-Op Ich hätte lieber die Hitze-Cola draufpacken sollen Dann, dass die Eruption mega viel Schaden macht Aber leider, weil ich es dumm Habe Live-Op drauf gedacht Egal, wir starten den Kampf Und, ähm, ich stehe auf slow Let's go So, ich leade mit, äh, Pizza Weil Pizza ist ein, M-Scrap einfach der beste Lead Und ich, äh, switche direkt raus Weil ich Angst hatte für den Specs Oder so Er geht in Olymp rein Ich in, äh, Feuerarsch Und, äh, er switchert in Tornadoes Äh, sein Q-Rum Und ich drücke auf die Eruption Live-Op Und die macht 80 Schaden Das ist viel Jetzt hatte ich ja Angst für den Scarf Und, äh, switche auf selbst gesnipet Ähm, er drückt Earthshot Und das macht 50% Ist, war, eine Roll Könnte ich noch überleben Und er auch Er überlebt mit, wegen meiner Arsch Er überlebt mit 1% meiner Arsch Aber ich überlebe seit Earthpower Beide kriegen eine Min-Roll Ich kille ihn mit Eyshot Und wir haben den ersten Kill Nach der 5. Runde Wow Und ich muss das Bild weg tun So, er geht in Olymp rein Ich geh in, swing dein Ding Und er legt Ne, er drückt erst mal Earthshot Einfach zum Killen vielleicht So, und, äh, ich gehe direkt Megaentwicklung Synthese mich hoch Und er legt Ist, ist schon hier Er legt die Selfox Bedeutet, ich habe keinen Die Vergauer somit Bedeutet, man bruttelt es tot Ähm, ich lege dann die Milchits raus Um irgendwas anzuknacksen Wir leben, wieder dazu zu holen Und so Ich, ich offere jetzt hier Selbst gesnipet Mit den Rocks Und, ja, er drückt die Jute Und er kriegt zum Mittag Es wird zwar einen Shit Und nicht so eine Halb Nennt man das Ein Death Switch Egal Er geht nur Immer ein bester Beruf Ist einfach Shadow Ball Immer zu drücken Hier ist immer der Shadow Ball Der beste Play Und, ja Er kriegt den Speed Death Drop Und das ist mir ja nice Deswegen wechsel ich auch swing dein Ding Wer den Song kenne Der schreibt es bitte in die Kommentare Die Apes haben ja, äh, ein neues Lied Daraus gemacht Den ich will, geil finde Und, ja Er geht ein Pan rein Und dann Leechi Dich Er immunisiert es natürlich Und, ähm, die Satch Bombe Und One Itale Ist halt kein Pokémon Was gut viel tankt Ist halt physisch defensiv ist Und, ja Ähm, dann kam sein, äh, Dioniosos rein Und haut mir echt viel Schaden rein Aber ich wusste, dass ich nicht überleben könnte Und scouten Was das für ein Set ist So, ich gehe jetzt in Shadow Pixie Dachte mir so, okay Ich brauche es nicht mehr Ich brauche es really nicht mehr Weil er hat, äh, Qum verloren schon Wolltet ich selke hier Shadow Pixie Äh, leider Und es steht jetzt 4-4 Ich gehe auf, äh, Le Pizza Und Kann hier einfach in Power Ice drücken Aber Ich drücke einfach jede Shadow Ball Weil Shadow Ball ist immer mein Play Ich könnte hier noch ein Shadow Ball drücken Aber mit einem Mineral überlebt er Und deswegen dachte ich, ne, ich gehe kein Risiko an Weil Blitzer ist hier mein Witch Miller Jetzt geht er auf, äh, ich gehe auf mein Swing Game Ding Drücke Earth Craig Und, äh, ja Dann Natürlich muss ich mich hier schnell hochheilen Weil, ja Das Punkt ist wichtig Und halte mich hoch Jetzt gehe ich in X-Man Mein Metagross Und, äh, kriege sehr viel, äh, Start von der Hurricane Was echt gut Charme macht Und er drückt Heat Wave und Kilt Es war ein Crit, aber es hat nicht gemellert Ich wollte auch hier X-Man Sacken Und, äh, gehe wie ein Le Pizza Mein Teflosion liegt auch noch Und mein, äh, das steht jetzt 4-3 Und er geht sein Helios Ich Wall-Switche Mache 58 Ich habe es perfekt prediktet Dass er, äh, weiß, dass ich das mache Geben vorher Arschweil auf Helios kann nichts machen Gegen eine Extra-Sensorie von Feuerarsch Und stirbt Die Leute, die Tiflosion kriegt eigentlich immer ein Kill Ich habe gedacht, jetzt kriege ich keinen Kill Ich dachte mir so, ich bleibe drinnen einfach Äh, Sacken Und er, Misty Hurricane Ich kann auf Lavaplum gehen Kriegen, äh, vielleicht ein Burn-Krieg Aber leider nicht Er geht jetzt hier auf den Save Auf den Siebenufen Nicht wieder zu missen Um, äh, Boreos zu Sacken Das hat er gut gemacht Und, ja Leider stirbt der Floor Und ich gehe in die Pizza Und jetzt könnten wir mit Lipizza und Visa Floor gewinnen Ich gehe auf den Power-Eis Boreos stirbt Wenn er es jetzt richtig macht, könnte er gewinnen Wenn wir es richtig machen können, wir gewinnen Er geht in den Olympen Ich hole es wegen dein Ding Träge Schaden Und er ist raus Und da ist es ziemlich kritisch für mich gewesen Ich hätte Inzwischen aufs Predigt müssen Auf Pizza Um Zu gewinnen zu können Weil, ja Dann hätte ich gewonnen Wenn ich das nicht gemacht hätte Dann hätte ich Hier nicht Hallo Das kann ich ja ruhig sagen Ich verliere dieses Match 1-0 gegen SDX Weil SDX eine Hit-Power-Eis Tankt Und, äh, ja Schade Das war ein echt knapper Kampf am Ende Am Ende War es echt strong Sein Play Wenn ich jetzt hier auf Pizza gegangen wäre Auf dem Play von, äh Auf dem Metheus Weil ich sogar im Kampf gesagt habe Er ist jetzt safe raus Ich sollte vielleicht auswitschen Nein, ich habe einfach so These gedrückt Das war mein Missplay Und damit verlieren wir 1-0 Der erste Lose gegen, äh, Zürgen War echt War das Kampf Und Rückrunde Komm ich wieder Besiege dich Und Wir holen uns trotzdem noch das Wir kommen trotzdem noch in die Top 3 rein Weil natürlich noch 100 andere Kämpfe vorkommen Nächsten Spieltag Kämpfe gegen die Nebensebi Ich freue mich Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen hoch da Wir sehen uns Bis dann Und ciao Euer Marc Bye, bye Bye